So, starten. Dann, ah ja. Oha, Couch Corp und Online. Schauen wir mal. Ah, wir spielen das Tutorial. Ah ja. Den Grafikstil hatten wir doch schon mal. In dem Turtlespiel. Genau. So. Wie kann ich sie motivieren? Oh. Nimm ihr Stern. Was machen die Creeps hier? Oha, ich mach mich platt. Ihr Loser. Hey. Was ist das? Okay. Okay. Ja, mach. Oha. 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 Da, jetzt sind wir wieder zu Hause. Genau. Wo ist Winter? Nicht so schnell, Raph. Das ist groß! Die, wie sie Master Splinter und hier zurückgebracht haben... Meine Sons! Können Sie mich hören? Vater? Ist das du? Wo bist du? Physically, ich weiß nicht. Mentally, ich spreche aus dem Astralplan. Junid, komm! Du bist verletzt. Beheert. So einfach. I have never doubted your courage nor your perseverance, my sons. And there may be ways I can aid you in this task. I found this strange coin, Sensei. I thought you would know what to do with this. Yes, I recognized this. An aspect of dark magic. Oh, der Hamster in der Decke sieht geil aus mir. Das ist echt cool. Ach, das ist so... Gigantifizieren. Äh, Drachen-Upgrades öffnen. Oh, ich kann nur das leisten, ne? Dann brauchen wir gar nicht lange umschauen, ne? Okay, mehr haben wir nicht. Was geht hier? Ach, da oben steht. Gewährung. Hab keine mehr. We turn them here in exchange for power for blessings and always remember your training, my sons. Father! Father! Hm. Father! What do we do now? We stop talking and start smashing, that's what. Was die da für'n Schmu treiben, ne? Bis es da mal endlich los geht mit dem Spiel. Naja, mit Leo bin ich zufrieden. As depressing as this empty Dojo is, I need to see it. To remember what we lost. What Shredder took from us. Fung uns das Dojo mal an. If we're gonna get to Shredder, we'll have to make our way back to the rooftop. That's where the foot jumped to me. What are we waiting for? Let's go! I just hope Father's okay. We all do, Mikey. Warum seid ihr nicht dabei? Oh, warte mal. Können wir hier looten? Ne. Die Kanalisation. Woah, was ist das? What the hell? I ran into this just before Shredder and his goons ambushed me. He looks totally powerful, dudes. Pizza. Ich hab Pizza. Ja. The power faded when that portal thing returned me to the lair. Huh, curious. I should call Metalhead and have him run some tests. No time, nerdling. Take it and let's go get Sensei. Und Pizzamann wär schon geil, ne? Muss ich gestehen. Vater würde mich glücklich sein. Hatte ich schon sehr, sehr lange nicht mehr. Ah. Aha, da war Hot drin. Ich mache euch Platz. Ja, Ratten. Drachenmünze. 25 Drachenmünzen. Ui. Also die Musik passt überhaupt nicht dazu, ne? Das hat so ein bisschen den Flair von Spielautomat früher. Das habe ich in... ... ... ... ... ... ... In Australien in die Spielhölle habe ich den Automaten gespielt. Von dem allerersten Spiel damals halt. Mit meinem Vater im Koop. Das war total geil. Es hat richtig Spaß gemacht. Süßeldauch Die können um die Ecke schmeißen, habt ihr gesehen? Ich frag mich, warum die die anderen nicht dabei sind. So, KI. Technisch. Lauernde Bedrohung. Gift. Alter, der Rattenbaron. Du machst dich platt, Alter. Minibus. So mini war der gar nicht. Turtel-Kläfte. Wähle eine aus einer Reihe von Turtel-Powers für diesen Durchlauf. Ja, mach halt. Oh, Strike. Was gibt hier noch? Nix. Wir können ein Stück Pizza vertragen, um Gesundheit zu regenerieren. Oh, die sind übel, Alter. Ich brauch Energie. Dote. Mause Dote. Oh nein, wir sind zurück in der Lair. Und diese coolen Power sind weg. Oh nein, wo ist das Portal gekommen? Forget das stütige Portal. Ich will wissen, wie wir uns gebeten von ein paar Schröber. Das ist mein Bad, Leute. Das ist neue Territory für mich. Leiden ohne Vater's guidance. Leo, wenn du deine Hilfe an der Zeit hast, was die Grund, dass du immer auf dich selbst trainierst? Cauch'n ein bisschen slack, Raph. Das ist neue Territory für alle. Die Tech-A-Playwright jetzt? Sie hat mich stumpf. You're not alone, Donnie. Metalhead and I are just as baffled as you are. We've been running test after test, but so far we've only figured out what its purpose is. Not how it functions. Affirmative. The purpose for the anomaly in question is interspatial teleportation. The source and origin of which are unknown. Cripes, Don. Think you gotta change the batteries in your little tinker toy here. I could've figured most of that out myself. You know, Raph, your condescending attitude's really not helping. No, but crud as he is. Raph's got a point. We've all got to step up our games. Myself included. Then let's start stepping. Cause standing around here Jawjack and ain't doing nothing to save Master Splinter. Okay. Okay. We're going to go to another turtle. Donnie, Donnie, improve me. Hey, Jing, Michelangelo. I just can't sit here worrying about my mouth. I gotta get out there and find out if father's okay. Onu thinking about that. Oh, that's a football game. I forgot to look at that. What do you want? What are you going to do now? Now what are you going to do now? Well, the machine. Well... What do you want to take over control? Well... The machine. Werkzeugsschaden 3 von den anderen Dingen Werkzeugsschaden Achso, ich hab die freigeschaltet, ich hab die gar nicht gekauft Das ist der Assi, da brauchst du einen Haufen Jemsen zum Freischalten und dann nochmal zum Kaufen So Ok Gucken wir mal Was der Michelangelo so drauf hat Ja Ah ja Anpacken Oh Ok Ja Da kann was Ja Maximale IP erhöht Ok Anscheinend muss man da gucken Was es da zur Auswahl gibt Und Könnte sein Dass da auch Pizza dabei ist Also Energy Pizza 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 So, plus 30% Schaden an Gegnern mit einer Barriere. Hält vier Räume an. Oder Drachenmünzen. Näh, wir nehmen den Boost. Wow, wow, okay. Turtle Kräfte. Wähle einer aus einer Reihe von Turtle Powers für diesen Durchlauf. 40% Bewegungsgeschwindigkeit. Na, nehmen wir doch. 15 Wasserschaden. Finale Treffer gewährt einen Stapel Sturzflut für vier Sekunden. Verursache am Ende eines Sprints 35 Wasserschaden an Gegnern in der Nähe. Ja, das ist ganz gut. Oh, ja, ja, ja. Ja, Pizza. Oh, ja. Hm. Whoa. Ich kriege das Pferd mit Roten. Hm. Okay. Okay. Turtlecraft auswählen. 30% Größe des Spezialangriffsbereichs. Ja. 20% Schaden an Bossen. Jawoll. So crazy as it sounds, walking through this portal actually makes the most sense. No, don't walk one more through. Okay. This ain't too weird. It looks like some kind of shop. Yeah. You think they sell pizzas here? If they do, you better make sure one of the toppings isn't tetanus, Mikey. That's cool. As long as it's got pineapple and anchovies, too. Der Laden. Okay. Ah, my honored and valiant guests. Welcome to my sensational shop of sundries. I am called the Chairman. Donnie. What's sundries? It's just a fancy word for miscellaneous goods, Mikey. Well, looks at this dump. I don't think good's the right word for this stuff. Raph. Raph. Show some respect. Just sayin'. Please don't let the detritus fool you. Your purple-clad comrade has the right of it. My humble market abounds with items you are sure to find both good and helpful in your quest. Wait. How do you know about our quest? Mine is a very busy establishment. A rare commodity in this in-between place with a diverse and thriving clientele. As a result, I am privy to, shall we say, the gossip of the times? Blablabla. Komm, mach weiter. Laber mich nicht voll. Zeig mir, was du hast. Da, 50 LP wiederherstellen. Anything better than pizza is more pizza. Drachenmünzen, boost, elementar, schaden. L4-Räume. Kann ich mir auch noch leisten. Ja, komm, nimm mit. So. Weiter geht's. Halt. Gibt's hier noch Loot? Nee. Scrap for Payment? What the heck? Junkman, what? This chamber, it's closed on all sides. Great. No stinkin' exits. Hold on. Is that Slash? Slash? Digitivist? Ooh, is this then? Oh. Yes, I'm here, Mutant. In this fetid sewer with you and the rest of your disgusting milk. Das riecht doch ärger. What do you mean? He made promises. I will return to my natural state. And all that is important is the remedy and its price. What price? You'll destruct them. Na? Kannst mich doch nicht einfach töten. Oh. Oh. He-he. 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 D-diger. Okay. Komm mal mit dem Wacken. Woah. Alter. So. Oh, fuck. Hat er gerade fuck gesagt? Das ist ein Kinderspiel. Alter, gleich bin ich tot. Was ist eure Mission hier? Toll. Jungen. Ja genau. Schwer. Schwer. Aber ja, das ist halt dieses Spieleformat, was ja schon seit längerem beliebt ist. Ja, gucken wie viele Rollen schafft man. Dann ist man tot, fängt wieder von vorne an, kann sich dann aber neue, neue Dinge kaufen. Neue Moves, neue Waffen vielleicht. Und dann kommt man wieder weiter. Ja, das ist nicht so meine Welt. Da habe ich keine Geduld für sowas. Ich brauche Fortschritt. Komm her. Verspringen wir und gucken uns mal die nächste Demo an, würde ich sagen. Das ist ein Kinderspiel. We January. Wir reclaimen. Vielen Dank.